Ja, Tag auch. Papierflieger wieder am Start. Ich bin der Tim. Ich bin Basso. Und? Haben auch heute nicht viel Sinniges zu sagen, davon viel. Hier schickt neben uns, eigentlich Schoßdorfer gegenüber uns, Coffee Custom Caps, geile Teile, sind seit Ende letzten Jahres bei denen am Start. Seit September, da waren wir auf der Guitar Summit und haben die Jungs kennengelernt. Geile Leute, war lau, war geil, fanden die, fanden wir, haben gesagt, komm, müssen wir was machen. Ja, und zeigen euch halt einfach mal, wie man damit ein bisschen asozialen Krach macht. Vorher würde ich gerade noch mal auf das Unboxing-Video verweisen, in dem du jetzt wieder einiges von dem, was du gerade gesagt hast, auch schon mal gesagt hast. Ich wiederhole dich gern. Ist aber auch gut, da komme ich auch mehr damit. Gut. Wir sollten euch noch mal kurz zeigen, wo es durchgeht, damit es so klingt, wie es klingt. Fangen wir an, du hast da... Ja, danke, danke, sehr freundlich. Ich häng länger drin. Ja. Ja, das ist mein Bass, das ist ein Sandberg California Darkor. Über den wird gezockt, dann geht's ab ins Board, da sitzt an erster Stelle von Darklass Electronics der Supersymmetry, also mein Kompressor. Danach geht's ab in einen Frequency Splitter, um slow and clean zu halten, wird gesplittet, obenrum wird gezerrt mit einem W7K auch von Darklass. Ja, und danach geht's eigentlich ab in den EQ. Und von da aus nochmal der Noise Gate und in mein Amp, den Microtubes 900, ebenfalls von Darklass und ab in meine Doppio Espresso 410 von den angesprochenen Herren von Kaffee Custom Caps. Die ganzen Einstellungen kommen ab in die Beschreibung und ja, als Mikrofon auch in der Beschreibung zu finden. Ein Schull SM7B oder was? Ja, mein Lieber. Viel Kram. Mich. Spieler. Bei mir geht's los mit meiner Tausch 665 durch meine Zeitgeist-Pickups. Und dann eigentlich, recht unspektakulär, geht's auf mein Board in Rodenberg Commander 2, um schon mal so ein bisschen anzupusten. Noch weiter anpusten tue ich's damit in Demon Paddle Scala Party. Und damit neben dem ganzen Krach auch noch was zu hören ist, was ich spiele, geht das Ganze auch bei mir in den Noise Gate. Geht dann hoch auf meinen kleinen Terror-Turm da oben, Orange Dark Terror und das geht in die Power Station. Geht dann in meine Box und da ich zwei Speaker unterschiedlicher Marke drin habe, mikrofoniere ich mir auch beide ab. Ich habe hier drüben einen Celestion Vintage 30 drin und hier einen Celestion Greenback 75. Ja, und da hängt jeweils ein Sennheiser E906 vor. Das Ganze geht in die DHB und ab der Spaß, oder? Apropos Spaß. Wollen wir? Lass mal machen. Machen wir. Machen wir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.